Regionalligist trifft Ohne einige verletzte Stas hat der Rekordmeister gegen den kleinen Klub aus der vierten Liga große Mühe, kassiert sogar ein Tor, und profitiert von einem umstrittenen Elfmeter. Mit dem zweiten Anzug und einiger Mühe hat Rekordmeister Bayern München das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Ohne ein halbes Dutzend verletzter oder angeschlagener Stas setzte sich das weiter nach seiner Souveränität suchende Team von Trainer Niko Kovac beim Regionalligisten SV Rödinghausen mit 2.1, 2.0, durch Sandro Wagner, Achte, und Thomas Müller, 13., Foul-Elfmeter, erzielten die Treffer für den Rekord-Pokalsieger, der sein drittes Pflichtspiel in Folge gewann. Nach dem Seitenwechsel sorgte der Underdog durch Lainismähe, 49., noch einmal für Spannung. Renate Sankes war zuvor mit einem Foul-Elfmeter an der Latte gescheitert, 23., Der Protugiese vergab damit die große Chance, die Partie frühzeitig zugunsten des haushohen Favoriten zu entscheiden. Letztlich blieben die Münchner im Ausweichstadion an der Bremerbrücke in Osnabrück aber im 28. Auswärtsspiel nacheinander im Cup-Wettbewerb erfolgreich und bauten damit ihren Rekord aus. Zudem überwintert der FC Bayern zum zwölften Mal in Folge in DFB-Pokal, das Achtelfinale steigt erst am 5.6. Februar.2019. Rödinghausens Daniel Flottmann bejubelt den Anschlusstreffer zum 1.2 gegen den FC Bayern. Quelle, Leon Kügele-Reuters. In der ersten Runde hatten die Bayern, die am 25. Mai im Berliner Olympiastadion zum 19. Mal den DFB-Pokal in Händen halten wollen, mit 1.0 beim viertligisten SV Drochtesen-Asse gerade noch eine Blemage verhindert. Auch mit dem Tabellenfünften der Regionalliga West machte der Favorit vier Tage vor dem Ligaspiel gegen den SC Freiburg keinen kurzen Prozess, wohl auch, weil in James, Erkältung, Jerome Bartin, Magendam, Arjen Robben, Rückenblockade, Metz-Hummels, Adduktorenprobleme, Corentin Tolisso, Kreuzbandriss, und Kingsley Komen, Sündes Moseris, wichtige Stützen fehlten. Zudem ließ Kovac-Korsett-Stangen wie Torjäger Robert Lewandowski und Nationalspieler Joshua Kim mich zunächst auf der Bank, dort nahm auch der zuletzt starke Serge Gnabry Platz. Neben dem illustren Trio saßen die weitgehend unbekannten Nachwuchskräfte Meritan Sabani, Paul Will, Boyeung-Jung sowie die etatmäßige Nummer 3 Christian Früchte. Bei lediglich 4 Grad und teils heftigem Regen kamen die Bayern schnell auf Betriebstemperatur. Nach einer schönen Kombination spitzelte Sankes den Ball in die Mitte zu Lewandowski-Ersatz-Wagner, der aus wenigen Metern zur Führung einschob. Nur 5 Minuten darauf drang Sankes mit dem Ball in den Strafraum ein, Schiedsrichter Timo Gerach entschied trotz eines nur minimalen Kontakts auf 11 Meter. Müller verwandelte. Kurz darauf wurde der einschussbereiten Nationalspieler Leon Goretzka, dessen Einsatz ebenfalls lange in Frage stand, deutlicher zu Fall gebracht. Sankes drosch den Ball an die Latte, und verlieh Rödinghausen damit frischen Elan. In der 25. Minute hatte Simon Engelmann die erste Chance, auf Flanke von Calvin Longer belohnte der gedankenschnelle mehr schließlich in der zweiten Hälfte den SVR. Der FC Bayern gewann in der Folge wieder die Spielkontrolle, die kompakte Rödinghausener Abwehr machte es dem Favoriten aber weiter schwer. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team